Come on Greg, where are you my friend sleeping? Red Couch. He sleeps or what? Nothing. Wenn das keine Rote kann, Red Couch. Hi, ich bin Luisa. Heute bin ich einmal angesprungen, ganz kurzfristig. Aber vielleicht kennt der eine oder andere mich schon. Ich spiele bei den BVB-Frauen Fußball und bin auch ab und zu mal am Kontroller aktiv. Auf Twitch vielleicht schon das eine oder andere mal gesehen mit unserem E-Football-Coach Stefan. Und ja, schaut da gerne auf jeden Fall auch mal rein bei Twitch. Und ansonsten, ja, heute machen wir was richtig, richtig cooles. Ich spiele alleine gegen die beiden. Einmal Marine Pongracic und einmal René Jesus. Wird sehr, sehr cool, denke ich mal. Ich habe gehört, René, super Spieler an der Konsole. Und Marine Pongracic, ich weiß noch nicht, natürlich top. Bin gespannt, was die beiden so können. Und ja, wir starten einfach jetzt mal rein. Let's go. Are you ready? Yes? Okay. Okay. Erstmal schön hinten durch die Abwehr. Ganz ruhig. Psycho-Spielchen sind das. Machen die Gegner müde. Oh mein Gott. Tiki-Taka. Oh mein Gott. Tiki-Taka. Krack. Ehrlich. Krack. 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 Okay, Krack. Ahhhh. Nochmal rein, alles klar. Ehrlich. Ganz stark gehalten hier von Kerbel. Ja, Krack. Krack, Krack. Was? Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja, kann man mal so klären, ne? Oh, du spielst gut, aber nein. Komm, Greg. Komm, Greg. Wo bist du mit meinem Freund? Red Card schläft. Er schläft oder was? Nichts. Freundschaftsspiele, ne? Nein, Red. Freundschaftsspiele, Freundschaftsspiele. Was? Spielst du denn auch ab und zu mal dein Ultimate Team oder nur wirklich Freundschaftsspiele? Ja, Gio. Oh Mann, warum lasse ich mich denn ablenken? Ich stehe hier Fragen und lasse mich ablenken. Ähm, Ultimate Team? Gar nicht Ultimate Team. Nur wirklich Freundschaftsspiele? Ich hätte so oft gehört das Wort, aber ich weiß immer noch nicht, was es gehört ist. Ja, es macht auch süchtig, muss man sagen. Irgendwie so wie Karriere, oder? Ja, genau. Dann würde ich ja alleine spielen quasi so, aber ich warte eigentlich nur auf meine Freunde, bis sie kommen, dann zocken wir mal ab und zu. Und dann spielst du aber auch? Aber so alleine finde ich es langweilig. Oder gegen Computer oder online und so. Das ist nicht so mein Ding. Ufff. Das Werk ist wirklich gut. Oh ja. Wirklich, wirklich gut. Auch in realen Leben. Oh, da ist aber alles frei, ne? Bei euch? Oh ja. Oh ja. Warum laufe ich denn nicht nochmal ein paar Schritte? Eins nur. Ich weiß nicht, ob das verdient ist hier. Schon würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh Mann. Du hast ja die besseren Torchancen, aber… Ja, effektiv bin ich gerade nicht. Immer wieder mal setzen wir Akzente. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Nein, Bro. Es ist okay, es ist okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja, Bro. Ja, Mann. Es steht aber bombenfest dahin bei euch. Ja. Oh mein Gott. Crazy fast. No. No crazy fast. Yes. Yes, yes. No, 1-1 ist okay. Oh. You score me. Yes. Finish. Yes, Sir. Gut gespielt. Good play. Good play. Good play. Good counterattack. Come on. Greg. Greg. Do you think Greg is one of the best in the Bundesliga? As a goalkeeper? Yeah. For sure, yeah. Yes, I think so too. Top three for sure. Who's the best? Who's the second one in the Bundesliga? For me the best, I have to be honest, is Neuer. No, yes. After Greg. He's really, really good. But I think Greg can be really, really good one day. Nein. It's his first season in Dortmund and he did it really good. It's okay. Top, top. 1-2 zur Halbzeit. Ich weiß nicht, ob das so verdient ist. 1-4. 1-4. Wir gucken jetzt gleich mal in die erwarteten Tore. Ja, 2,1 bei mir. Hier. Erwartete Tore. 1,9 zu 2,1. Ist okay. Meine Chancenauswertung war nicht ganz so gut. Aber Ball ist jetzt gut. Ihr habt alles daraus gemacht. Ja, okay. Okay. Passing. Das meinte ich. Aber wir spielen jetzt noch eine zweite Halbzeit. Weiter geht's. Ja. Riesenfehlpass. Spiel doch. Spiel doch. Ihr spielt echt gut zusammen. Oh mein Gott. Dafür, dass es ja das erste Mal zusammen spielt. What a team. Nein. Nein. Press. Mach. Oh mein Gott. Noo. Noo. Top Pass. Top Pass. Number 10. Noo. Yes, okay. What? No foul. No card. The second red card. Klein wird es ausgeschaltet. Ja, ich glaube auch. Ja, 100%. Wir haben irgendeinen Cheat hier. Offside, offside. No, no problem. Ah, continue, continue. What a boo. Oh. Nooo. Yes. Crazy. 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 Number 2. Crazy goal. Thank you, thank you. Respect, respect. Let's go, la. Top. Oh my gosh. Yes, Ellie. Offside? Offside. Of course. Who is this, bro? The soldier? Ja. Oh, crazy shot. Crazy shot. Oh. Should? You. No. No, no, no. Oh my god. Yula. Top. Oh god. Nothing. Yes. Oh no. Yeah, top. Come, 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 come. Oh. Nicht gut gemacht. Okay, come. Oh. No. Please not. No. No, no, no. The third time. Three, three. 85. Minute Ausgleich. The third time. Who is this, bro? Donnie Mann? Yeah. No. Please not. No. Yes. Crazy. Of course. Yes. What? Offside. Offside. One combination and then we go to training. Finish, okay? Yes. Yeah. What a boo. No, bro. Bro, it was a good shot, but it's great. Oh, good cross. Penalty, penalty. No. Finish. Okay, 3-3. Waren wir guten Goal los? Nee, ihr müsst leider zum Training. Nein. Es tut mir leid. Wir müssen noch Dinge gewinnen. Wir müssen mehr Zeit mitbringen. Ja, müssen wir nächstes Mal nochmal machen. Bro, it's finished, ne? Finish. 3-3. Sorry. Ihr müsst zum Training. It's okay, ja. Aber war auf jeden Fall sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall das nochmal wiederholen, oder? Uns auch, ja. 3-3 können wir nicht auf uns sitzen lassen. Nein, das müssen wir auf jeden Fall. Ja, okay. Cool. Dann, vielen Dank, dass ihr da wart. Thank you. Danke schön. Danke dir. Sehr schön gespielt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da gerne, lasst einen Kommentar da. Und ja, bis dann.